Der Almherbst zu Fusse des steinernen Meers wird auf der Steinalm bei Saalfelden mit einem ganz besonderen Musikkonzert eingeleitet. TJ and the Groove Boots geben am 11. September ab 15 Uhr ein Konzert-Highlight der besonderen Art. Die Alm selbst ist in ca. 50 Minuten Fußmaß bequem von der Bürgerau erreichbar. Freuen Sie sich auf kulinarische Almschmankerl und Musik vom Feinsten. Beim Almherbstkonzert mit TJ and the Groove Boots am 11. September ab 15 Uhr auf der Steinalm bei Saalfelden.